LALALA Doch so kann ich das eigentlich nicht lassen Ach du Nimmst du? So ich mach hier noch was drauf Was? Deinen Herrn rausholen? So Wo kann ich denn da noch drauf gucken? Ach hier wegen dem scheiß... Ah ja... Ja ist ja gut, okay Ich weiß bescheid Neneeneeneeneeneeneene Delete deleten LALALA Du 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 Ah kann man auch noch mehr mitnehmen Die du dill du dill du dill Inner undänger Stehen zu schon wieder so Um Ok Ich hoffe du sollst ganz entschnitten Hungerentzug. Dann hol dir doch eben was. Nö. Meine Fresse, wir müssen noch ein... Nein, das schaffst du nicht. Du hältst doch keine Stunde mehr durch. Doch. Doch, doch. Das klappt schon. Aber du bist so behindert, ne? Von was redest du? Ich hab Durchfall. Nein, du nicht auch. Ja, dann spann dich da zu nehmen. Was kommt da denn jetzt angeflogen? Ich würde eigentlich von ganz oben hier so... So wie Hagel. Nö. Es hagelt! Es hagelt, scheiße! Ba, ba, ba! Nein, jetzt hab ich hier Hühnchen in der Wolke drin. Du bist so dämlich, ehrlich. Ja, das ist so dämlich. Das hab ich keine mehr Sind wir jetzt welche Hühnchen da? Ey ernsthaft? Oh Es sind doch paar Hühnchen da Oh Hey wo sind die denn jetzt alle? Oh Oh Tschüss Hühnchen Hey was wird das? Was wird das Centos? Dein Kopf Sag mal was wird das? Was wird das? Ja das wird irgendwas komisch schräges Aber warum? Warum? Du ziehst die Kuppel so komisch hoch oder wie? Hä? Also du ziehst sie soo Dann gehst du von hier oben so rum oder was? Dann geh ich wieder ein bisschen höher und dann Ja so groß brauchst du dir nicht außerhalb machen oder? Und gucken wie das aussieht Weil du willst wie viel Platz dann für Schmetterlinge ist Ja deswegen, ich würd das vielleicht bis hierhin machen Hier wo ich draufstehe Jetzt ernsthaft Oder hier unten noch einen Drift Dass du wieder hier die Kurve wieder mitnimmst hier runter Ach jetzt im Maul ich übertreibe wieder Ja das war mir klar Du kennst mich doch Wenn das nachher schrecklich aussieht Wenn das nachher schrecklich aussieht dann weißt du wer es abbaut Ich Okay wir haben uns geeinigt Ich bau das sowieso wieder selber dann ab Wenn das scheiße aussieht Deswegen fang ich doch erst mal ein bisschen damit an Du bist quaint Du bist quaint Du musst übertreiben beim bauen Mh Ich muss immer übertreiben beim bauen Ich muss immer übertreiben beim bauen Das hab ich halt so Du bist bekloppt Mh ich weiß Danke Danke fürs Klamm Das hast du von mir geklaut Ganz ernsthaft Das ist so So lame Klau dir eigene Sprüche Klau dir deine eigene Sprüche Klau dir deine eigene Sprüche Ah Furz Du bist bin da Du bist bin da Ich bin da Äh Centos weißt du was wir gar nicht eingestellt haben Du wirst es uns nicht wieder glauben Wir haben Tag Nachtrhythmus nicht eingestellt Ich hab vorhin gefragt ob wir das so lassen sollen Hätte Wollte es vorhin schon machen aber ich meinte Dachte so Oder hat gesagt Können wir eigentlich auch so lassen Ja eigentlich schon Aber du hast ja nicht zugehört Nö ich hab ja letztes Mal schon gesagt Mich stört das nicht Ich glaube die Zuschauer will es auch nicht stören Nö Weil es ist ja einfach nur Dass wir einfach schlafen gehen müssten Ja Sonst sind wir zu faul Mhm Sowas von So hinten reiß ich auch erstmal alles ab Wollte zufrieden sein dass wir hier nicht anfangen Ein Cheatenboot zu bauen Äh Ja Was kann man noch Ist deine Axt schneller als meine Motorsäge? Meine Axt hat effizient X drauf Okay dann ist deine besser Hä ist sie gecheatet? Nein Wie hast du die denn auf X bekommen? Ja aus dem Table Die geht auf X? Ich glaube ja Ja Ich probier das aus Ich hab eigentlich nur ne zweite Ich hab noch keine Erfahrungspunkte gerade Auch nicht wirklich Ich weiß doch gar nicht ob da unten noch ein Brain of Jar ist Weil das ist eine ja Ich bin der Meinung Ich bin der Meinung durch den Terry geht das Ich probier's aus Ja ich hab kein Brain of Jar mehr Das war das Problem Mhm Mhm Jetzt hab ich Boah ich könnte kurz die Axt da oben vergessen Hm Schlecht Ach verzaubern müssen wir auch noch Ah ja Doch wir kriegen noch paar Folgen zusammen Ich hab mir letztens überlegt Hä warum kriegen wir eigentlich keine Folgen mehr zusammen Aha Weil du doofi doof bist Mhm Weil ich doofi doof bin Mhm Weil ich doofi doof bin Ja gib's wenigstens zu Leute Yeah Yeah das ist doch normal Was Ich hab wohl mehr Glas Ja Ja ich hab noch Drei Reihen in der Diagest Oder zwei Ja Zwei auf jeden Fall Ja 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 Ich kann doch wieder anschmeißen mal Wald Ja So Smite Sharpness Effizient Nee krieg ich nur zwei Level hin Das lohnt sich noch nicht Hm Nee Das könnte ich hin Unbreaking Fortune Nee Ich bin Das ist doch kacke Das ist doch Du ne Warum Sagst du das zu mir Warum Ich hab auch Gefühle Nein Nicht Okay Okay Aber Ich muss wieder Nein 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 Ich muss hinten auch noch was hinbauen Was mach ich denn hier hinten Hm Was mach ich denn hier Ach so Ich bring die Welt halt noch mehr zum Leggen Ja Was mach ich denn hier ein Kürbishaus Für Samen Ein Kürbishaus Bist du auch zum Kürbishaus Nein Nein das ist jetzt so ne Überlegung wert Achja Weil ich momentan viel mit Samen mache Wie nen Bienen Samenspende 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 Seeds Seeds Wie viel Seeds hab ich denn im Allgemeinen 47.000 okay Hat sich schon die Frage geklärt Wieso nicht Noch mehr geht nicht ne Das ist aber nur von der Weizenfarbe mal hinten Cool Brrrr So Dies Brauch ich noch einen Import Dann sollte das reichen Ich glaube Oder Doch Hm 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 Äh Centos Centos Hm Nö Dann mach ich einfach YOLO hier weiter Ich dachte aus ich kann keine Truhme öffnen Ich konnte doch Stopp Aufnahme Stopp doch nicht meine Aufnahme Nicht behindert Ja Hä Ja Ich dachte so Sei freundlich 1 2 3 Nö Wird ich doch nicht Ja ist ja gut Mensch Ja ich weiß dass ich ein Mensch bin Ja Ich sag jetzt nicht das andere Pumpkin Seeds da Bist ein Neger Hallo Hallo Bist du für ein Rassist Hallo Ich Nee Ich tu nicht Ich Nein Nein Ich Nee 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 Ich nicht nicht Du bist ein Verneger Gar nicht gesagt Doch Nein hab ich nicht Doch hast du Du warst das Nö Doch Du Nö Du das gewesen sein Nein Yoda haben gesagt nein Nein Yoda haben gesagt nein Vielleicht Vielleicht Ähm So Hier wenn der rot ist Musst du den hier Was denn aus Komisch Musst du den auf Nee Das sieht kacke aus 2500 Das Ding ist der quasi voll Laber nicht Hier musst du das aus Deckweise und dann gibt Gas Sag ja laber nicht Du laberst nur nen Stuss Stuss Nö Doch Nö Doch Nö Doch Nö 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 Doch 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 Warum Veggie Juice Ohne Witz Welcher verbindet der Facket Warum macht der Veggie Juice Also nicht Du hast du behindert Boah so wie du dann passt das ja dann passt das ja ich frage mich warum warum er macht er denn mit jesus also nur darum bisschen komisch ganz ehrlich hast du unten irgendwas in diese dinge reingepackt hab nichts gemacht weil das verwirrt mich gerade warum der veggie juice gemacht hat wozu soll ich das machen weil sie auch nicht um mich zu robben ja ich weiß um dich zu treuen aber meh weil das verwirrt mich gerade extrem auf übelste weise meinst du eigentlich hä? unten ich habe unten vier von diesen squeezeern aufgebaut die mir samenöl machen kann weil ich ja so viele von den scheißdingern habe von den kernen ne da habe ich nichts reingetan und da ist gerade veggie juice entstanden ok hm das ist nicht schlecht wenn normalerweise durch irgendwas entsteht was obstes oder so obst oder gemüse komisch vielleicht hast du was falsch reingeschmissen nein nein ich mache das ja automatisch vielleicht hast du falsch reingeschissen ja falsch reingeschissen dann wäre aber mulch raus gekommen ja wenn ich reingeschissen hätte ja findest du ne ne es geht ja nur darum weil ich gerade meine ganzen festplatten bisschen säubere ach ja so ist das schmeckt's 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 ich habe hier noch äh quanschi nüsse hm zu mir auch hast du keine mehr was ich zu naschen hatte habe ich schon länger wieder aufgefressen alles ja du nasch doch eher was anderes hm 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 nein doch nein DOHHHHHHHHHHHHH höh was war ich hab was verpasst also nicht ich weiß noch mal als du leiser wurdest schon wieder jetzt wieder normal ja geht okay das ist aber voll komisch bei dir Dass sie mich dann leiser stellt Wenn ich einmal zu laut bin Das bist aber nur du Das ist behindy bei dir Das ist bei dir falsch eingestellt Ne ne Das ist voll behindy bei dir Voll behindy in die Na Okay Ja ja Auf jeden Fall Läuft bei dir Läuft bei dir So ist das doch wieder geil Was ist eigentlich das was ich Die Idee hatte mit dieser Challenge starten Mit welcher Challenge Was ich doch mal meinte Mir eigentlich relativ Du meinst das mit dem Spiel ne Ja mit irgendeinem Spiel Ich hab da noch dran gedacht Ich weiß aber nur nicht welches Ja das ist ja das Problem Das war auch vorher das Problem schon Gut seit wir jetzt unser Steam Konto verbunden haben Wäre es vielleicht einfacher Aber mir fällt einfach nichts ein Ganz ehrlich Ich hätte ne Idee aber ich weiß nicht ob du das sagst Ja was denn Ganz darf Äh Kenn ich gar nicht glaube ich Hä Ich muss dir das mal angucken Ja Wir können das so machen Ist ja kein Problem Aber lasst uns das dann Ah jetzt weiß ich nicht Aber nicht als durchgehendes machen oder Also nicht jetzt äh Täglich raushauen oder Aber ich hätte ne Idee was wir machen können Da wie das läuft Das ist ja eine bestimmte Zeit rum Anfangen wir es gleichzeitig zu zocken Und wer am meisten vor rausgekommen ist Und wer am wenigsten Tode hat Hat gewonnen Ja kann man ja Kann man ja machen Dann muss man aber sich die Videos angucken Und immer Discounter mit reinhauen Ähm Ähm Ne Wir können das Wie bei Sparks einführen Und machst dann dahinter In Klammern Drei Tode Musst du dir nur vorher merken Ja aber die Sache ist ja Ich weiß ja nicht Ob wir durchgehend aufnehmen wollen oder Immer nur Die Minuten dann Oder nur bestimmte Minuten an Zeit Ne Wir können ja auch sowieso parallel zusammen aufnehmen Ja das wollte ich ja machen Dass wir das dann Wir starten Das dann ja trotzdem gleichzeitig Ja das können wir machen Und dass wir das dann so machen Dass wir trotzdem so ein Zähler mit reinhauen Immer in den Videos Wenn du gestorben bist Dann plopp Aufgetaucht Und dann plopp Die nächste Zahl Nö Da muss ich ja Videos bearbeiten Ach nö Heul doch rum Was machst du mir für eine Arbeit Das ist gar nicht viel Arbeit Na doch Nein Das muss einfach nur die Zahl wechseln Ja ok Ich versuche es Das ist voll einfach Ja ich versuche es mit dem Programm Da habe ich es noch nie gemacht Ganz ehrlich Mit welchen? Ach mit Mit Irgendwas mit Annie Ich mache mir Über Photoshop Exa 1920x1080 Und dann mache ich immer In bestimmte Ecke Oder so Eine Zahl hin Und dann immer Neues Bild Ja das ist mir schon klar Ich bin ja nicht von Bin ja im Kopf gefallen Toch throne